Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN Unterhaltung. Willi Herrens, Kreuz 45, Grab ist nun endlich vollständig. Der Schlagersänger wurde vor knapp anderthalb Jahren plötzlich aus dem Leben gerissen, im April 2021 starb der Entertainer völlig unerwartet. Der Tod des Reality-TV-Stars riss ein großes Loch in das Leben seiner Fans und seiner Angehörigen. Beerdigt wurde der Schauspieler auf dem Kölner Milatenfriedhof, nun hat sein Grab auch endlich einen richtigen Grabstein. Willis Grab ziert nun ein anmutiger Grabstein aus schwarzem Marmor, auf dem Andenken ist ein Foto von dem lächelnden Willi abgebildet und eine weitere Aufnahme, auf welcher der Musiker bei einem Konzert auf der Bühne performt und die Menge begeistert. Außerdem schmückt unter anderem der Spruch Tschüss, Ciao. Thank you.